ja und hiermit wieder ein hallo und herzlich willkommen liebe leute hier ist wieder euer Reveal Boom diesmal mit dem zweiten Teil von ich zock es alle im Imp-Store wir sind jetzt bei Terran Schnellstraße davor hatten wir ja großer Bazar Rush soweit ich weiß Terran Schnellstraße habe ich da ist anders gefunden außer Marsch das sind anscheinend ich möchte ja immer so gerne gespielt werden ich kann es nicht verübeln ich mag diese Welt auch nicht so wirklich gerade nicht in Waschmodus äh ich freue mich auf die sind alle Bücher mit Scham ich liebe ihn ich lese mal vor im Waschmodus müssen die Angreiber durch die gegnerischen Verteidigungslinien vorrücken um paarweise Punkt 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 Station zu stören sobald ein paar zerstört ist wird es Zeit weiter vorzurücken das Verteidigende Team muss die Punkt dass er sich und erhaltet bis der er was ist die Angeber um die Verstärungstickets ausgehen ich glaube je länger das lebt umso mehr gehen die der Verstärungstickets aus und dann werde ich gar nicht mehr zu kommen diese Welt zu spielen weil wo ich geschaut habe um gab es hat ein Angreiber Team nur noch 40 Ticket zu und die Runde ist zu Ende und die Runde ist zu Ende und es startet eine neue Map das ist immer so eine richtig tolle Sache das finde ich klasse Soldatenspezialisierung Köln zum Skorverdaten vor so schnell wenn ihr offen durch einen Gegner der kurz sich einen deinem Teamkameraden eliminiert hat erhältst du einen Räscher Bonus ich könnte hier stundenlang vorlesen es macht frische Spaß ein Perlese markiertes Ziel kannst du auch ohne direkten Sichtkontakt erfassen das glaube ich nicht das ist ein Fake das ist alles eine Lüge das ist Fake Rush Terran Schnellstraße lädt Terran Schnellstraße lädt Terran Schnellstraße lädt ich krieg die Krise klein ja ich bin übrigens der gleiche Tag wie als großer Boss auch genannt Prüsen 3 nur ist es jetzt um 11 ich bin ein bisschen einfach geblieben ja ich kann nicht schlafen seit gestern 18 Uhr gestern 23 Uhr so rum er hat auch schon seit ein Stunde habe ich noch geschlafen und hat nicht wirklich also wie lange dauert das es geht doch gar nicht das ist nicht normal Alter oi das ist ja über Runde schon tausend mal zu Ende wenn ich hier reinkomme das doch Assi ja ich habe schon großen Bosser lange Wartezeiten und kurze Runden genannt aber das ist ja richtig pervers hier ey ich könnte mir sagen mal woran das liegen könnte dass ich so lange laden muss also ich habe eine 50.000 Leitung eigentlich müsste das hier ratzfatz gehen vielleicht könnte mir Tipps gibt nichts überhaupt an Leitung oder liegt es an den Server und liegt es daran dass es sowohl in Brasilien ist oder was Amerika aber der Ping war einfach den Server ja ganz gut ach das ist doch das ist doch homo ey ich fange schon an ach Menno warum leidet das so lange ja ich weiß gar nicht wie wie lange ist schon geladen das ist doch pervers ich kann ja währenddessen ein paar Witze erzählen bis das hier fertig ist heute Kugel beim Deck entfällt um hahaha der wohl lustig ähm gut ich pausiere das ganze einmal und dann nehme ich mal weiter auf wenn es auch weiter geht weil ich will das hier nicht echt äh also ich will das euch echt nicht antun hier 10 Minuten jetzt auf dem Ladebildschirm zu warten also dann sehen wir uns gleich und ja haha 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 ja wir haben es geschafft Alter wir haben jetzt den Server gewechselt äh und sind drauf und sind drauf und haben es geschafft äh ich weiß es nicht das ist ja unbelievable so jetzt ein Angreifer ich nehme natürlich äh ach das ist ach scheiß drauf ich nehme jetzt einfach mal eine Waffe mit äh Ausrüstung ähm Munitionsquad nieder ich habe ja eine äh äh eine Waffe die niederhält so an die wollen auch wir wollen auch anders aussehen die sind ja cool und wollen mal äh boh 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 levy blau das ist hier angepasst ne wir machen Stadtmuster genau sie in der schließlich in der Stadt so ähm heilwitzka ich weiß schon was ich jetzt erstes tun werde ich werde Panzer fahren boh es leckt äh nicht wundern es kann sein dass es ein wenig leckt da ich nebenbei aber ich habe die falsche Einstellung mit meinem Panzer drin das ist natürlich ober humo ähm weil ich nebenbei Video rendere eigentlich beschörder kann es kann man gar nicht sein aber egal oh ne scheiße man kann wirklich nicht beschörder sein oh ne und gut hab ich ihn getroffen ho ho hey ey 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 was tut das ja ich hab mich auf den Sack du Hunger lool ich hab doch voll drauf gehalten ach komm blau aber nicht das ist doch gaga das ist doch nicht möglich das ist doch doch Fick der ne da äh 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 mit los oh ne oh ne hab ich gesehen ich will mich und nein ich will mich und nein Ja, hab mich gut gesehen. Weiter vorrücken. Deckung suchen. Stellung beziehen. Warten. Weiter vorrücken. Aufstehen. Hinhocken. Weiter laufen. Messern. Vorrennen. Granate. Aber. Scheiße. Das geht so gar nicht. Also das ganz, ganz, ganz wichtig. Immer schön wusser. Das hilft. Oh, eine Bumsch aufgemacht. Komm, warte, komm. Oh mein Gott, die hat mich stört. Ja. Es heute. Du homo-fürst. Jetzt spreng doch mal die Bombe weg. Bom. Habt ihr es geschafft? Sehr schön. So läuft das hier. You make me happy, guys. So, ich, ich, ich werde einfach mal... was macht's denn nur? Ich werde einfach mal... ...es Vorrennen. Lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll. Was ist denn hier los? So läuft das aber nicht, mein Freund, ne? der Stadter Vorbild der Pisser das hab ich dir nicht gesehen ach komm ja sehr schön so ist er durchgegangen ja ihr sehen könnt ich kann auch versagen ich weiß es selber nicht was ist so äh ich meine doch mach doch mal folgt doch mal vor du ach du scheiße nein Sanitäter da ich lieg vor Junge ich lieg vor dir ach komm fick dich weg du Rumor Fürst sonst kannst du dir die Eier Unglaublich hier Mann mein Team hat gewonnen an der Fahrung guck mal wie gut ich war 1 zu 5 also ne und so also ihr könnt sehen Rush ist nicht absolut nicht meine Stärke ja mal gucken ob wir noch eine Runde zocken können äh Verteidiger oder sowas wissen wir nicht ob wir mal was was wie und warum ne ja ja ähm ja der Weg eines Dukes mehr sag ich dazu nicht ne gut äh ja wir haben einen Krieg geschafft das ist nicht geil Henkel mit M66 M66 E4 die haben wir eigentlich fast nie gespielt warum eigentlich ist die so scheiße? das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen ähm ja ne und so ähm ja das ist doch Gaga hier Lady Gaga ist das aber es heißt ja Bledger's Verfahren heißt wir haben Spaß am Spiel wir machen nur Scheiße und es ist jetzt hier nicht äh soll jetzt hier und so weiter ne ach komm diese K nö also äh ich mache leider mal Terran Schellstraße also sehen uns gleich wieder ja da ist uns zurück eurem Boom da wir ja leider kein Terran Schnellstraße so mehr gefunden haben weil es ja irgendwie total für den Arsch war aber egal nehmen wir einfach die nächste Map das ist Caspian Border mir ist auch schockierenderweise aufgefallen dass die Teams in Battlefield an sich extrem unnausgeglichen sind äh ich bin vorhin auf dem Server gejoint da war alles eigentlich total für den Arsch ich brauch da eigentlich gar nicht vorgehen weil ja also es ist unglaublich die Teams waren in der Zeit total mega unnausgeglichen du bist so nichts mehr gekommen wenn das Team mal eine Flagge eingenommen hat äh ich ich bin einfach nur schockiert also ich war vorhin auf dem Server da war äh vor dem Ticketjahr dachte ich mir auszugleichen das passt alles und so schön und gut im Arsch äh nach wenigen Sekunden hat das technische Team alle Flaggen und Base Rave so traf mir gut wirklich das ist ein Server vielleicht klappt es auf dem anderen ne auch für den Arsch ich gehe auf anderen Server da haben wir alle Flaggen machen unsere Leute Base Rave ich komme zu keinem Kill ja so ist das Battlefield an sich es ist echt traurig wie es sich weiter wie es sich entwickelt hat von den Balancen her das ist das ist schon so alle Flaggen das ist sinnlos bei B.O.G uh bin ich so keine Flagge eingenommen jetzt bin ich mal total pro und nehme jetzt die Flagge ein weil ich kann weil ich ja ja weil es ja auch total sinnvoll ist weil ja ich ich hier voll auf Feind treffen werde hier also ne einfach nur unglaublich so jetzt freue ich mir einen Astor bei sie A einen nehmen ach je sie nehmen A einen Na dann so jetzt nehmen wir die Flacke ein dann werden wir da, werden abgeschossen und dann sind wir wieder zu A das ist so ein ewiger Kreislauf des Todes so jetzt kommt ein Helikopter und da machte sich alles Platz dann komme ich gar nichts mehr ja, das ist ein Panzer, sehr gut dann hat der Revit Boom doch eine Aufgabe ich habe einen feindlichen Soldaten in eurem Bereich gesichtet, over was ist denn der jetzt hin? fährt weg hast du jetzt den Kill oder was? toll ja, der hat sich echt gekillt so, den haben wir jetzt freuen wir uns, den Ast, aber wir wollen Kill haben, wir haben gekillt, Alter, unglaublich so, jetzt warten wir, bis jetzt die Flagge nicht mehr einzunehmen ist, weil hier einer rumgurkt oder auch nicht da hinten ist einer, oder? da habe ich mich gekillt, da war da nicht einer nein potzen, 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 lotz, lotz, lotz okay du meinst wohl mit der AKM da rumzukurren gut okay 10 das dachte ich gerade na, jetzt kommen wir wieder zu so, total happy und glücklich zu A jetzt zichten wir mal einen Helicopter, der gerade von übelst krass in die Luft geflogen ist, weil anscheinend das für unsere Heli wird ja, das muss eine extrem lange Runde dauern, aber so lange nehmen wir auch nicht auf das ist hier nicht der Sinn im Spiel fünf Stunden lang aufzunehmen so, wir gehen einfach am besten mal ein bisschen strategisch hervor Krust, Krust Krust wir haben das verdammte Einsatzziel verloren, rüber wo ist das wo, ist das oder was? was geht's los? ja, wo ist das, ob ich so wichtig tue, so ok hier kommen wir auch rein gut zu wissen ohhh klar nicht so Rennen bis den Bergspitzen schon mal eingehert das ist gut Panzerhaus nun auch unterсе ich ob noch ein Stück angeflogen Gehen wir mal. So tief, ey. So wirklich flüssig läuft das Spiel auch nicht. Nicht so wie er hofft. Na gut, was auch ehrlich ist... Diggerdasschen... Na doch nicht. Man kann sagen, wir haben das ein kleines Problem. Okay. So. Ab dann. Ich hab Angst. Nimm mich rein, ja ne. Ach ja. Unsere Unterstützung ist da. Bei Besen sind gerade Gräserwichte. Da fliegen sie mit dem Jet. Ach ja, ich liebe es. Das sind Maps. Wozu nichts kommt. Eigentlich ist es ein ständiges Hintenherrennen. Ich nehme ein. Reben wieder weiter. Da kommt ein Heli. Da ist kaputt. Dann kommen sie in Charni angerannt. Ja. Dann nehmen sie wieder ein. Unglaublich. Hast du das gesehen? Nö. 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 Warte. Um. Warte. Weck. Tack. Aaaaaaaaa. Ok. Da hat man jetzt drauf gehen können. Der ist bestimmt zu A und zu D. Oder? Wo ist er denn? Oh! Nein! Da ist er! Achtung, wir haben das Einsatzstil erhofft! Hä? Ich hab's gesehen, Alter! Ich hab's gesehen! Ich hab's gesehen! Ich hab's gesehen!